Ja, es ist natürlich eine ganz besondere Ehre, heute hier zu sein. Ein ganz tolles Areal, es ist wirklich super schön umgesetzt. Mir gefällt der Bereich sehr, sehr gut, neben einer Windtour. Ich finde, es ist so gut geworden einfach, sieht verdammt echt aus. Ich weiß gar nicht, wo ich mich am liebsten aufhalte, wobei diese Schminkspiegel sind schon echt was ganz besonders Tolles. Weil man da richtig angestrahlt wird und es einfach tolles Licht ist. Dass man wirklich interaktiv alles Mögliche nutzen kann, mitmachen kann. Man kann wirklich mal selber, wenn ein Laufsteg laufe, das ist ja was ganz Besonderes, dann ein Cover machen, wir hängen ja hier auch mit unseren Coverbildern da. Es geht hier wirklich darum, Spaß zu haben. Sich auf alles einlassen, alles mitmachen und sich für eine kurze Zeit mal so wirklich als Model führen kann. Es ist wirklich richtig cool geworden. Ich bin echt begeistert. Und es ist sehr schön geworden. Ich finde mich sehr begeistert.